Ola, hallo! Heute auf dem Sonntag. Ich bin schon im Café unterwegs. Das ist jetzt irgendwie viertel vor elf hier bei uns im Puerto. Und ich sitze hier schon in dem Café Albano. Das ist ja wieder hier direkt an der Kirche. Ich habe euch auch schon ein paar mal in einem Video erzählt, dass ich hier ganz gerne sitze, weil guckt euch mal diesen leckeren Kuchen hier an. Zum Anbeißen. Das will ich auch gleich tun. Und dazu eine Schokolade. Auch die schmeckt hier wunderbar. Lecker, lecker. Das ist richtige Schokolade. Das ist kein Kakao. Das ist richtig schön dickmacher. Na ja, gut. Wer es sich leisten kann, ist ein Witz. Ja, guckt euch den Himmel an. Der ist schön blau wieder. Und es wird bestimmt wieder, es wird richtig warm heute. Ich werde mich auch so ein bisschen versuchen, gleich mal unterm Schirm oder so zu setzen. Denn vor zwei Tagen, vorgestern, war ich ja in der Badeanstalt. In der Badelandschaft. Und ich habe mich wunderbar. Ich habe mich auch super eingecremt. Alles. Lichtschutzfaktor 50. Die Beine, Dekolleté, Arme. Es ist nichts verbrannt. Außer natürlich der Rücken. Ja, das kann man gar nicht irgendwie verhindern, wenn man alleine unterwegs ist in der Badeanstalt. Und dann ist man noch im Wasser. Und das ist ja so herrlich, das Wasser da. Also ich war bestimmt eine ganze Stunde durchgehend im Wasser. Und dann ist natürlich die Schultern alles frei. Ja, und da habe ich mich so richtig schön verbrannt. Na ja, gut. Deswegen muss ich mich ein bisschen jetzt noch vor der Sonne schützen. Ich habe zwar ein T-Shirt an, aber ich merke, die Sonne hat jetzt schon um viertel vor elf so viel Kraft, dass der Rücken also noch nicht okay ist. Guckt mal. Und dann habe ich hier noch das Inselmagazin. Das gibt es ja hier auch kostenlos. An vielen Tankstellen habe ich das gesehen. Und im Supermarkt. Manchen Supermärkten liegt das auch aus. Es ist zwar eine alte Ausgabe. Ja, März. Aber naja, ich kenne sie noch nicht. Werde ich mir gleich noch mal ein bisschen in Ruhe durchlesen. Ja, das ist heute mein Sonntag. Und danach schlendere ich noch so ein bisschen hier im Puerto. Mal schauen. Ein bisschen bummeln. Ein bisschen, ich will nicht sagen, Shopping. Ist ja ein bisschen rar hier im Puerto. Hier sind zwar viele kleine Geschäfte, die auch schön und schnuckelig sind, aber viele auch zu haben. Deswegen so eine große Auswahl hat man hier nicht. Jetzt ist auch schon die Kirche, die hier läutet. Das war es von mir erst mal. Hier habt ihr noch mal einen Blick. Auf meinen Kuchen. Guck ich euch noch mal die Umgebung an. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, ne? Tschüss. 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 Tschüss.